Unteroffizier, Neusser? Zu Befehl! Kann ich zwei Männer haben, Fußausläden? Natürlich, Frau de Vries! Danke! Zwei Mann! Sie hat die Geri, um den Truck zu holen. Sie ist ein cool Gast. Diese dutch-girls sind ein Wissler. Ja, das. Unsere Mädchen tun das gleiche, wenn sie die Chance haben. Sie sollen längst hier sein sollen. Ja, ich hätte in einer Stunde frei gehabt. Sie versaut mir den ganzen Abend. Hey, komm nur runter, kleine. Na, fürchte nicht, wie ist der Gulasch. Junge, Junge! Schädegewicht hast du ja. Ja, da kann man ja schlapp machen, da ja. Ja, 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 ja. Auf der anderen Seite. Die Gulasch-Kartier. Die Gulasch-Kartier. Eine Tasse Tee. Zucker und Kaffee. Die Gulasch-Kartier. Die Gulasch-Kartier. Eine tasse Tee, Zucker und Kaffee. Eine tasse Tee, Zucker und Kaffee. Und ein Gläschen Wein. Und ein Gläschen Wein. Wir sind über die Quartus von 200 German Soldaten. Und ein Gläschen Wein. Und ein Gläschen Wein. Louis. Alles is veilig, mevrouw de Vries. Gut, alles is zen hier. Gut. Gut, alles ist ein Blatt. 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 Wir sind über meine Haus. Es ist die German Headquarters. Meine Ropsa sind am Ende des Winges. All of you in the other room. Take it easy. You are safe here. This place is good walls and floors. You can talk as much as you want to and you can take off those things. There's a radio here. It's tuned into the BBC. Use it if you like. Only don't stop dancing. Just below here is the officer's mess. I must leave you now. Got to go back the way we came and come in by the front door. Or they might start thinking. Lock the door behind me and only open it to this knock. V. Yes, V. Here we go. 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 Untertitelung des ZDF, 2020